Ich glaube nicht, ich gehe da über die Straußgang. Hier, über die Strauß. Hat er mir beigebracht, wie man in Frankreich über die Strauß geht. Du musst einfach auf die Strauß gehen, wenn sie sehen, dass es russisch mal russisch nahe ist. Das muss doch mal vorstellen, das ist doch klar. Das, 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 das. Dann müssen wir hier. Es gibt auch die Strauß. Dann müssen sie da über die Strauß und der Strauß. Sie wollen die Strauß geht. Es gibt auch die Revention. Es gibt auch die Strauß und die Strauß. Sie können auch die Strauß auf dem Hauptaar corre. Die Strauß. Sie wollen die Strauß getroffen werden. Vielen Dank.